Rattenlinie Süd Jovis Morgenstern weist sie mit großer Geste zum Aussichtsbalkon. Das Panorama ist wirklich atemberaubend. Ein Bittchen, dort der Watzmann mit Frauen und Kindern, ein alpines Dreigestirn am Königssee. Waren's schon dort? Empfehlenswert, Gelegenheit zur Bahnverfahrt, ein Bissertourismus, aber von was sollen die Bergbauern auch sonst leben? Ein Dirndlständi, nicht schlecht, gnädige Frau. Alles original heimische Produktion. Klar doch, meinte Evi. Max hat mir Fotos gezeigt, sogar vom Restaurant am Seeparkplatz. Seelsgenädige Frau, hier wird an alles gedacht. Find's mit Sicherheit eine Ladestation für den Elektro. Wenn's ihre Augen nach links wenden würden. Der große Hundstod, gewaltiges Bergmassiv im Salzburger Land. Republik Österreich, ein bisschen rechts davon mit dem Ferges zu erkennen, wenn's die Sonne nicht derart intensiv scheint, der Gran Pilastro in Italien. Ja, und ganz rechts hier an der Ballestrade, wie unschwer zu erkennen, vor Ihnen der gute Swaro hat sich ein wenig zurechtgemacht für unsere Vision. Das wird Ihnen sicherlich gleich alles erklärt. Hoffentlich bei guter Laune. Sie kennen ihn ja vom letzten Winter. Manchmal schweißt er etwas ab, verliert sich in unschönen Details. Typisch polnische Paranoia, wenn's mir die Bemerkung gestatten, dass er immer und überall Nazis entdeckt. Wollen's einen Blick ins originalgetreue Eva-Braun-Zimmer werfen? Nein, nicht jetzt. Zu schade. Staatsgäste wurden hier empfangen. Warum, glaubens, haben's die Besatzer all dies hier nicht abgerissen nach Kriegsende, was einst für den deutschen Reichskanzler erbaut wurde? Weil's beeindruckt hat. Weil's sie's inspiriert. Denkens nur an die James-Bond-Filme. Na, das, was die Deutschen damals taten, ist so wirklich Geschichte. Nicht wahr's, Waro? Ein mürrischer Kerl mit gewaltigem Schnurrbart. Selbst bei dieser Hitze eine altmodische Schirmmütze auf dem Kopf und ein Mantel mit militärischem Schnitt und weiten Kragenaufschlag locker über die Schultern gelegt. Flucht derart, dass man meinen könnte, er spuckt Feuer. Gover Moss! Bergbauern im Salzburg-Land, reich durch Judengold, dass Nazis vor Kriegsende in ihre Bergfestung schaffen und tot, gar ein Filastro, ist Rattenlinie Süd. Die Fluchtroute dieser Verbrecher in der Südamerika mit Unterstützung des Vatikans! Der österreichische Magister schüttelt linkisch mit den Armen, als sei das alles ein Lausbugentat. Erherrschaften! Der gute Sware verdirbt uns die Ferienstimmung. Verzeihen Sie ihm! Wollen wir frohgemut nach vorn schauen? Auf geht's zur neuen Aufgabe! Schweigen! Der Pole zündet sich eine neue Zigarette an, wendet ihn den Rücken zu und starrt auf die Bergwelt. Irgendwo da unten Kuhglocken geläut. Es Mut! Ein Hummel setzt sich dickleibig auf einen überquellenden Geranientopf. Evi knüpft sich eine Blüte ab. Batschup, Schabrascham, alle, Kamusazuk, Werschek, alle, Max, wo gehst du hin? Sonnenbrand. Morgenstern eilt ihm nach und schließt die Balkontür. Der Pole dreht sich zu Evi, nickt militärisch knapp. Sucham! Pani! Sie hören? Okay. Ich bitte vielmals um den Stuhlen, Herr Kommissar. Ein paar klitzekleine Fragen. Sie haben sich optisch verändert. Fast hätte ich gedacht, dass der legendäre polnische Feldherr und Staatsgründer Josef Pilsudski auferstanden ist. Er war bankrüber und empfiel Geldtransporte. Und er zog nach Willius. Der Widerstand gegen polnische Okkupation musste finanziert werden. Dafür verbannte ihn der Zar nach Sibirien. Es stimmt. Dort prophezeite ihm eine Wahrsage und große Zukunft aus der Hand. Seine Geliebte, die am Überfall beteiligt war, heiratete erst, nachdem seine Ehefrau starb. Und als Polnischer Staatspräsident Vater zweierer Kinder verliebte er sich in seine Ärztin in einem Kurbad. Heiße Affäre löste eine Staatskrise aus. Die junge Frau beging Selbstmord, sagt man jedenfalls. Worauf wollen Sie hinaus? Ehrlich gesagt frage ich mich, welche Spezialoperationen Bonnie und Clyde im Wilden Westen bayerische Banken austragen Eisenbahnzüge mit Nazigold Kriegsvorbecher der Rattenlinie Süd umbringen Gibt es eigentlich auch eine Rattenlinie Nord? Von Danzig über die Ostsee nach Schleswig-Holstein speziell auf Sylt. Oh wow, da wollte ich immer schon mal hin. Bedauere. Naja, vielleicht sind Sie privat hier à la Pesuzki einer auf Kurschatten machen. Sexy. Bin nur Chauffeur. Der Bull wendet sich von hier ab und zöhnt die nächste Zigarette an. Sie rauchen Sopjeski, großer Kriegsherr, hat vor Wien die Türken geschlagen und Europa gerettet. Evi schaut nach Max und Morgenstern. Die stehen drin vor dem Kamin und diskutieren heftig. Sie greift sich ein Glimmstängel. Rauchen in der Schwangerschaft geht gar nicht, aber das Medienbauf schläft. Da macht's wohl nichts, oder? Der große Europäerkommissar Gwerszeg, nur ein kleiner Chauffeur. Inkognito. Dickname Youssef. Ach, verstehe. Vorname von Pesuzki. Wen chauffieren Sie? Euch alle. Na super. Alles lassen sich aus der Nase ziehen. Genau wie Max. Wissen Sie was? Spezialeuf traf nur unter Bedingungen. Sonst gehen wir in die Öffentlichkeit. Auch was die Morde letzten Winter in Dresden und Warschau betrifft. Kulvermaß. Fluchen Sie ruhig. Ich will üppige Reisespesen und was halboffizielles von Europol. Der Pole zückt seine Geldbörse und reicht ihr viele große Scheine und seine Vigitenkarte. Boah, schon. Janky, danke. Und wenn der Auftrag erledigt ist, sorgen Sie polizeiltern dafür, dass alle negativen Einträge über Max gelöscht sind. Einschüchter der Sache auf der Polizeikommission, dass er seinen Führerschein wiederkriegt. Tun Sie was, damit meine Jugendstrafen aus dem Regichter verschwinden, wenn es geht. Und ich bekomme einen Orden von Europol, aber einen echten, die ist aber nicht nur einen geträumten, wie damals in Dresden, einverstanden. Darbsch. Fast scheint es so, als hätte sich der Mann hinter dem gewaltigen Schnurrbart zu einem Lächeln durchgerungen. Gut. Die Gutscheiden für Seiber und Massage haben wir schon genossen. War echt ein Erlebnis. Unterkunft haben wir. Elektrobus kriege ich. Fehlen nur noch Details zum Auftrag. Ups, das Zappel ist aufgewacht. Tritt mir gegen die Nieren. Ich muss irgendwas tun, was ihm Spaß macht. Vielleicht die Elektro-Tour durchs schöne Bayernland. Efi. Die Efi heißt und Efi bleiben wird, Blick Svaro, der jetzt Josef genannt werden will, und morgenstern zu, wie sie von den Handwerkern ins Tal kutschiert werden. Autoschlüssel